Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hast du aber Ahnung vielleicht ein bisschen von Wein und Champagner? Genug, um Leif Glicquot zu kennen. Okay, dann bist du mir wie so oft einen Schritt voraus, weil ich bin ja schon echt ein bisschen stolz auf mich, dass ich Glicquot einigermaßen fehlerfrei aussprechen kann. Aber gut, ich habe jetzt keinen Applaus oder Lob, aber wenn du jetzt uns erzählst, worum es in dem Film geht, werde ich mir einfach selbst auf die Schulter klopfen, okay? Ja, du kannst dir quasi zutosten, vielleicht mit einem Glas des den Titel mitgebenden Weins, aber der Wein kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Hinter dem Wein steht eine bemerkenswerte Winzerin und um die geht es in dem Film. Nämlich um Madame Glicquot-Ponsardin, barbe Nicole Ponsardin. Ja, geboren 1777, gestorben 1866 als eine der reichsten Frauen ihrer Zeit und eine Unternehmerin in der napoleonischen Ära. Da die Frauen nochmal die wenigen Rechte, die sie überhaupt hatten, radikal wegnahm oder Zusammenschnitt. Trotzdem hatte Madame Glicquot das große Glück, darf man wirklich sagen, den einzigen gesellschaftlichen Status in relativ jungen Jahren zu erhalten, der einer Frau eine gewisse Unabhängigkeit verlieh, nämlich sie war Witwe. Das hieß, sie war selbstständig für ihr Vermögen verantwortlich und durfte ihr Vermögen selbst verwalten, hatte aber auch gleichzeitig keinen Mann, der ihr da irgendwie reingefuscht ist. Das war relativ gut, aber nicht alles war zu dem Zeitpunkt ideal, denn das Weingut, das sie von ihrem früh vermutlich an Selbstmord bestorbenen Ehemann hatte, war ziemlich marode zu dem Zeitpunkt, aber sie hat es eben geschafft, daraus ein Unternehmen von Weltrang zu machen. Auch keine einfache Zeit in dieser von Kriegen und Handelsembargos geprägten Ära. Und nicht nur das, sie hat zahlreiche Innovationen in der Weinlagerung, in der Art, wie man mit Wein umgeht, wie Wein gemischt und hergestellt wird, eingeführt. Innovationen, die heute noch zum Teil so beibehalten werden. Wir denken zum Beispiel daran, dass Weinflaschen eben nicht stehend gelagert werden, sondern in so einer unten gehaltenen Schräglage. Das ist ihre Erfindung und hat ganz spezifische Gründe, die alle mit Weinproduktion zu tun haben. Und da stecke ich nicht so drinnen. Und auch der Champagner, den wir heute eben als das Luxusgetränk kennen, der verdankt seinen Ruf vor allem ihrem Erfolg und dem Qualitätsprodukt, das sie geschaffen hat, das wirklich so grandios schmeckte und auch dann so hochpreisig und so elegant erschien, dass die Leute sagten, das ist ein Edelgetränk und das dadurch seinen sozialen Status erhalten hat. Und von all dem erzählt uns der Film von Thomas Napier nicht. Ja, ich bin ja jemand, der sich gerne im Vorfeld mal so einen Trailer anguckt oder sich ein bisschen was deutliches zu dem Film. Bei Die Witwekliquot wusste ich wirklich gar nichts. Ich kannte den Titel und ich war am Anfang wirklich überrascht, weil ich halt nicht wusste, dass es ein britischer Film ist. Du warst halt hier als Hauptdeutscherin Hayley Bennett, die kennt man unter anderem aus Swallow, wir haben Sturridge, wir haben Sam Riley, wir haben Ben Mills oder Miles. Also eine durchaus britische Besetzung. Das wirkte am Anfang für mich komplett seltsam und fremd, dass dieser, in Anführungszeichen, französische Film, dass die da alle wirklich upperclass Englisch reden. Wenn das das einzige Problem des Films gewesen wäre, wäre es ja okay gewesen. Aber ich kam aus dem Screening raus und es war ein Kampf mit dem Sekundenschlaf. Ich habe schon lange keinen so, ich sage es wie es ist, öden Film gesehen, was echt total traurig ist, weil von der Grundgeschichte her ist das so interessant, das ist so spannend. Du hast es schon angemerkt, die Zeiten, in denen er spielt, ihren Status, dass sie halt wirklich zu einer, ich nenne sie mal Champagnerkönigin, nenne ich es einfach mal, wird. Das alles erfährst du von dem Film eigentlich nicht. Das ist eigentlich absurd, aber das Interessanteste am ganzen Film war für mich der Text kurz vorm Abspann. Dieser obligatorische Erklärtext, wo erzählt wird, was danach passiert ist, wie es weiterging. Aber der Weg dorthin bis diesem Erklärtext war für mich eher eine Aneinanderreihung von Ödnis, Wüst und Leer und tatsächlich auch richtig, richtig miserabel inszeniert. Das war für mich kein Kinofilm, das war für mich ein Film auf dem Niveau eines ZDF-Melodramas, wie sie Sonntagabends laufen. Ja, das ist in einigen Punkten etwas harscher ausgedrückt, als ich es über die Inszenierung sagen würde. Ich finde, der Film hat zumindest visuell ein paar Qualitäten, aber inhaltlich kann ich das nur noch mal bestärken. Wie es du richtig jetzt noch mal zusammenfasst und ich schon am Anfang sagte, all das, was diese Frau faszinierend großartig spannend gemacht hat und überhaupt eben dafür, ja, der Grund ist, dass wir heute einen Film über sie sehen, all das kommt im Film selber nicht vor. Noch schlimmer, wirklich mindert der Film radikal ihre Errungenschaften und rückt eine Figur in den Mittelpunkt, von der wir eigentlich gar nichts mehr hören bräuchten, nämlich ihren verstorbenen Mann. Der ist wirklich die zweitwichtigste Figur im ganzen Film. Wir haben andauernd Rückblenden und es geht nur darum, wie traurig sie ist, dass er tot ist, wie wichtig er für sie war, wie viel er ihr über Weinen beigebracht hat. All das ist nicht etwa historisch verbirgt, sondern rein spekuliert. Alles, was man weiß, ist, dass diese angeblich so romantische Ehe arrangiert war und dass es Barb Nicole irgendwie geschafft hat, innerhalb weniger Wochen sich ein hochkomplexes Weinwissen anzueignen. Dass ihr Mann da irgendwie als der wahre Innovator und Ideengeber hingestellt wird, ist wirklich eine Beleidigung. Und was dann noch schlimmer ist und das ganze Schema nochmal, also diesen sexistischen Hintergedanken, dass eine Frau alles, was sie wüsste, ja, wenn sie überhaupt irgendwas weiß, nur von anderen Männern haben kann, das wird nochmal dadurch verstärkt, dass sie dann neue Wegbegleiter hat, die ihr wiederhelfen, die ihr geschäftlich, ökonomisch, wirtschaftlich unter die Arme greifen oder zeigen, in welche Richtung sie gehen muss und weiteres Weinwissen beibringen. Als ob sie selber fast gar nichts wüsste und das, was dann eben, wie du schon sagte, sie alles geschafft hat und was man nicht ganz verschweigen kann, wird dann in so einem Schlusstext schnell abgehakt. Da fragt man sich wirklich, was soll der Film? Warum ein Film über Wöff Klicquot oder Widow Klicquot, Wöff, Französisch, Witwe, ist klar, wenn man nichts von dieser Frau erzählen will? Ja, also du hast schon auch gesagt, dieser Ehemann, diese Rückbetten haben mich wirklich genervt. Ich fand, es war, vor allem, er leidet ja irgendwie, er hat ja irgendwie, weiß ich, was er hat, also ist er ein Junkie? Ja, offiziell, also die Realität ist, das zeigt der Film aber nicht völlig, dass er opiumabhängig war. Opium war damals nur häufig eingesetztes Medikament, aber in der reinen und hochdosierten Form, in der es gegeben wurde, hat es ein extrem hohes Suchtpotenzial. Ja, und diese ganzen Rückbetten mit ihm, wie er dann immer so Gedanken verloren auf irgendeiner, auf einer Weide sitzt oder am Fenster oder in der Badewanne hockt und sie dann immer um ihn herumschleicht, als ob er das Zentrum der Welt wäre. Und ich hab mich teilweise gefragt, was soll das? Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie es weitergeht mit dem Weingut, ja? Was ich ja auch beweisen muss und immer wieder Rückschläge erleidet. Aber wie ich schon sagte, also du hast gesagt, dass der, du findest den Film jetzt nicht so schlimm inszeniert, aber ich muss ehrlich sagen, da waren halt Szenen drin, die hätte man so toll umsetzen können. Als Beispiel, es gibt einen Moment, in dem halt diese Champagnerflaschen einfach aufplatzen. Und es wäre so eine schöne Szene gewesen. Das wäre optisch. Da hätte man so tolle Sachen damit machen können. Aber dieser Thomas Nepper oder Napper, der entzieht das so brach und bieder alles. Ich hatte wirklich das Gefühl, das kann man vielleicht benutzen, so als Werbefilm für die Champagne, aber nicht wirklich als Film. Also ich muss wirklich sagen, ich war wirklich enttäuscht, wie teilweise bieder dieser ganze Film aus. Ja, ein großer Mangel dieses Films ist definitiv, dass er niemals von diesem Weingut runterkommt, ja, uns noch nicht mal das Weingut in all seiner Größe zeigt, sondern fast nur in den immer gleichen Innenräumen spielt, sodass man hier fast schon den Eindruck von einem Theaterstückartigen Kammerspiel hat, was aber überhaupt im ganz, also geradezu im Gegensatz zu dem steht, was wirft Clicquot, diese Marke, übrigens auch ein wirklicher, ja, kann man gerne sagen, Boss-Move von der echten, Vido Clicquot, dass sie das Unternehmen nach sich selber benannt hat und nach ihrem Witwenstatus, also dass ganz klar betont wurde, das hier ist ein frauengeführter Betrieb von mir, einer alleinstehenden Frau. Das war ja ein eindeutiges Zeichen, was es sonst kaum gab in der Geschäftswelt, wo Unternehmen vielleicht, was weiß ich, Smith und Söhne hießen, aber nicht Vido Clicquot. Ja, wir sehen zum Beispiel nicht, dass das eines der ersten Großunternehmen war von kulinarischen Produkten, insbesondere von Champagner und Wein, das international verkauft und agiert hat. Und sie hat das ganz gezielt angestrebt, diesen internationalen Status. Sie hat kurz nach dem Krieg mit Russland, de facto, als der Krieg noch halb in Gange war, Russland zu einem Hauptkunden von ihrem Wein gemacht. Das war ein mega gewagtes Unterfangen. Sie hat sich oft an der Grenze der Legalität bewegt, da es ja, wie gesagt, Handelsembargos gab und oft auch sehr gewagt spekuliert. Hätte sie zum Beispiel mit bestimmten Verkaufsstrategien keinen Erfolg gehabt, wäre sie komplett ruiniert gewesen. Also es stand für sie auch viel auf dem Spiel. Und vor allem aber hat sie viele ihrer geschäftlichen Erfolge, ihren ganzen Wandel eben nicht in super jungen Jahren gemacht, sondern in mittlerem Alter und dann irgendwann auch in hohem Alter. Der Film, auch typisch sexistisch, zeigt uns hier immer nur die attraktive junge Hayley Bennett. Wir sehen nie, wie sie mit 40 oder 50 aussah, als ob das irgendwie, dieses Bild muss man bloß verdrängen, so nach dem Motto. Also wenn ihr mal googelt und dann das Bild der Wörf Ticot seht von Barb Nicole, wie sie eben die meiste Zeit ihres Geschäftslebens aussah, ist das eine eher matronenhafte Dame gehobenen Alters, ist aber keine hübsche junge Frau mehr. Ja, also gerade halt das mit diesem Handelsembargo, da gibt es halt so Szenen, dass sie dann halt Champagner fertig macht und die nach Russland schickt. Und das ist natürlich total wichtig, dass es dort ankommt, das ist ein bisschen verboten. Und man hätte ja darauf so ein bisschen was wie Spannung erzeugen oder generieren können, macht der Film aber nicht. Die Flaschen werden halt abtransportiert, dann muss ich mich wieder durch so eine gequälte Rückblende quälen. Ja, also da quält sich nicht nur der Ehemann, sondern auch ich als Zuschauer. Und dann heißt es so nebenbei, übrigens, ja, der kam nicht an der Champagner, ist halt mies gelaufen. Das ist wirklich, also ich war entsetzt darüber, weil ich mir eigentlich dachte nach der Sichtung des Films, Moment mal, die Geschichte an sich ist ja super. Ja, also ich wusste von der, von der Witwe Ticot nichts. Ich bin auch keine Überraschung, kein besonders großer Champagner-Experte. Aber ich dachte mir, eigentlich ist das echt schon eine sehr interessante Geschichte. Geschichte, aber erzählt ist die halt wirklich miserabel. Und da ist halt die, für mich halt Altbacknitz, die noch gar nicht das Schlimmste, sondern einfach diese Spannungslosigkeit. Das ist so, ach ja, so ein bisschen so, so dösig alles. Also es gibt keinen Moment, wo wirklich mal eine Leidenschaft entfacht. Es gibt keinen Moment, wo wirklich eine Spannung entfacht. Da passiert wirklich nichts. Selbst bei solchen wichtigen Situationen, wie so eine Art Gerichtsprozess, das ist alles so schrecklich, biederpathetisch. Also ganz, ganz schrecklich. Ich, ich sage es, wie es ist, aber ich kam aus dem Film raus und ich war auch schockiert, weil ein paar Kollegen ihn auch wirklich gut fanden. Natürlich lasse ich anderen Leuten ihre Meinung. Aber ich war wirklich entsetzt, dass man so eine großartig spannende und interessante und vielschichtige Geschichte so, ja, so melodramatisch verhunzten und spannungslos erzählt. Ja, das kann man wirklich nicht anders sagen. Der Film hätte so viele Möglichkeiten auf so vielen Ebenen gehabt. Auch sinnlich ist er überhaupt nicht. Wir haben gar kein Gefühl dafür, wie dieser Wein schmeckt, was Wein ausmacht. Wir sehen kaum was vom Wein. Man, also ich habe viele Dokumentationen über Wein gesehen, tatsächlich mehr, als mich eigentlich interessiert hätte. Aber es gab auf der Berlinale früher mal eine ganze Kategorie, nur für Filme um das, ja, um kulinarische Themen und da liefen auch einige Wein-Dokus. Die Farbe, das Büquet, die Geschmacksrichtungen. Man lernt nahezu nichts über Wein bei einem Film, der fast nur sich um Wein eigentlich dreht und seine Produktion und den, die Zuschauenden aber vollkommen außen vor lässt. Wir haben auch wenig Vorstellungen davon, von was eigentlich dafür erforderlich ist oder wo die Innovation ist. Zum Beispiel hat sie buchstäblich den Rosé erfunden. Aber davon kriegen wir kaum was mit. Und dann hat der Film auch immer diese ganz, ganz schlimme Angewohnheit, beziehungsweise nicht der Film, sondern der Drehbuchautor hat diese ganz schlimme Taktik da, dass er sie immer sprechen lässt über die Reben und den Wein, aber in Wahrheit spricht sie über sich selbst. Wenn sie etwa diese berühmte Beobachtung da festhält, die eben auch von ihr stammt, dass die Reben leiden müssen und kämpfen müssen, damit der Geschmack richtig rauskommt. Und das sagt sie dann eben auch. Nun macht der Film das nicht einmal, der macht das alle fünf Minuten. Ja, das ist auch so eine Unart. Wenn du das halt ein, zweimal machst, dann okay. Es ist ja auch an und für sich eine nette Idee, aber irgendwann wird es auch zu viel. Vor allem, weil es ja auch dafür sorgt, dass gerade sie, also diese Witch-Rick-Code, nie wirklich menschlich irgendwie wirkt. Die wirkt halt immer wie so eine Theaterfigur. Ja, alles muss so hochtrabend sein und nichts gegen Haley Bennett, die hat mir zum Beispiel in Swallow wirklich gut gefallen, aber die hat auch, finde ich, überhaupt keinen richtigen Ausdruck. Wobei, das ist eine Kritik, die ich jedem Darsteller, Darstellung geben kann. Auch, dass der Regisseur es auch nicht schafft, wirklich mal dramatische, wirklich mal richtige Schläge zu verteilen. Es gibt zum Beispiel so einen There Will Be Blood-Moment, wo sie halt ihre Tochter wegschickt und ja, also entweder bin ich eingepennt oder die Tochter wird auch nie wieder thematisiert. Okay, aber ich, warum? Also es ist ein, ein wirklich total spannungsloser Film und ich wiederhole mich hier und das tue ich gerne, aber wenn man, wenn ganz ehrlich, wenn der Wikipedia-Beitrag interessanter und spannender ist, als der Spielfilm zur Witwe, läuft irgendwas schief. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also, eine sehr große Enttäuschung, sehr fade, wenig Aroma, kein Büquet. Das klingt schon wirklich wie das super ideale Megafad in diesem Film, aber trotz allem lasse ich dich noch einmal, oder frage ich noch einmal, ob du noch auch irgendwas hast zur Witwe-Clicko, was du noch loswerden möchtest. Als kleinen Dämpfer der ganzen Kritik könnte ich vielleicht anmerken, dass mir zumindest die dunkle, eher in schwarz, grau und braun Töne getauchte Optik, ja, gefallen ist übertrieben, aber dass da durchaus eine ästhetische Kontinuität war, die dann allerdings auch nicht gebrochen wurde. Es wäre zum Beispiel hier auch interessant gewesen, eine Entwicklung darzustellen, zum Beispiel von dunkel zu hell, Licht zu Schatten, irgendwas. Nein, das war leider auch eindimensional, aber da war zumindest ein gewisses Potenzial da und die Schauspielenden sind solide. Nicht fantastisch, daran ist wirklich nichts fantastisch an diesem Film, aber solide. Ich denke, der Film hätte einem wesentlich besser gefallen, wenn man dazu ein paar Gläser Wörf Glicquot bekommen hätte. Alles klar, gut. Dann ist jetzt Fazitzeit und ich fange mal an und heu jetzt mal so ein richtig geiles Fazit raus. Pass auf, halte ich fest, das ist das beste Fazit der Zeiten. Für einen Film über Champagner fehlt mir eindeutig das Brickeln. Brillant! Danke, 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 danke. Also, ich fand den schrecklich bieder, ich fand den schrecklich spannungslos, ich fand den inszenatorisch wirklich schwach, darstellerisch fand ich den auch wirklich mehr untersolide, und ich dachte wirklich, dass ich gerade keinen Kinofilm gucke, sondern wirklich einen Sonntagabend-Melodrama, das im ZDF läuft und das sage ich einfach so, weil ich ehrlich sagen muss, ich habe noch nie einen ZDF-Melodrama am Sonntagabend gesehen, aber naja, wer lügt, der gewinnt. Siehe, wie es wirklich kommt. Lida, deine Frage. Das Geld für die Kinokarte investiert ihr besser in ein Glas-Würf Glicquot, viel mehr als ein Glas kriegt ihr dafür auch nicht. Aber das dürfte immerhin einiges an Genuss versprechen, dass ihr von diesem Film, der dem schlechten Beispiel von so vielen Biopics über weibliche Personen folgt und die Verdienste dieser bemerkenswerten Frau schmälert, statt sie hervorzuheben und zu betonen, garantiert nicht habt. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, bevor euch jetzt die Champagnerflasche öffnet, um ein bisschen Spaß zu haben, sei doch gesagt, denkt dran, unsere Webseite tele-champisch.de Außerdem sind wir bei Discord vertreten, tele-champisch slash Discord Community Server, guckt da gerne vorbei und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Lida, das letzte Wort über dir. Ja, Prost. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.